Ich glaube bis jetzt gewinne ich auf den Staten Meter. Hast du die Bombe oder warum? Ja, du hast die Bombe. Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, don't. Der kam gerade mit dem Knife aus, wir haben Smoke gerusht. Ich hab's gesehen. Was zum Fick, Alter. Der Otter looks nice, mit der Body is pierced bullets. 2 Palace kommt. Ja, Ramp ist einer schon hoch. Nice. Achtung, ich flash kurz einmal hier rüber. Oh, nice. Na, I ne, SG ne, SG, I. 2 Palace, 1 Hoopspot. Nächstes Mal kriegst du ihn. Jawoll, sag ich doch. Kommt noch mal einer. Jawoll, Massimo. Massimo, du feedest. Hättest du den bekommen, Massimo. Hätte verkaufen gehen können. Nein, das wäre einfach nur cool gewesen, wenn du den bekommen hättest. Oh, komm, jetzt der 4K. Alter, Massimo. Die Ape rentiert sich grad richtig. Achtung, Negif. Der ist stärker als du jetzt. Geh auf Shockwage. Auf Longwage hat er den Vorteil. Achtung, Clashbang. Achtung, Clashbang. Erblendet. Das ist alles gespeichert, dein gesamten 4K grad. Alles in Full HD. Also, wenn wir kurz erwähnt haben, das war mein Beast Mode. Ich hab bloß gefühlt, ich brauche noch ein paar Nova Kids. Ich hab's gespeichert. Oh, lol. Massimo hat sich grad von letzter auf 2. Hahahaha. 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 That guy is my daughter, I'm so proud. Hahahaha. Daddy likes me now. Oh, yeah. Oh, yeah, my daughter. Daddy likes you. Oh, scheiße. Oh, okay. Ah, noch bitte. Wann ist mit? Ich bin Ramp, ich bin Ramp. Was? Warum muss ich jetzt nachladen? Weil da ne Waffe leer ist. Nein, das ist ne Lüge. Ich wurde aber von jemand, ich wurde von der Seite angeschossen. Los! Sniper! Ähm. Da ist jetzt zwei Leute window, ne? Der letzte ist in Lower runtergeräumt. Ja, das heißt, der wird wahrscheinlich, wenn ich das richtig kalkuliere, auf B gehen. Oh. Da ist der Matheprofessor. Der Meister der Granaten. A blend. Oh, manno. Auf A. Also wir gehen auf A. Clearen A und rennen dann auf B. Genau. Musst du mal reißen. Hä? Komm. Elyas, Elyas, komm. Hm? Ja, wir rennen auf B. Achso. Hey, ich bin jetzt schon auf A gerannt. Jaja, wir rennen auf B. Ja, wir rennen auf B. Was? Los, komm. Elyas, weiter. Los, komm. Komm. Ja. Renn. Die macht er da wirklich. Äh, Leute. Oh. Komm, renn, renn, renn. Renn. Du hast doch die Bombe. Ja, du sollst einfach vorrennen. Ja, weil da war ein AFKler und ich hab nen Kill gemacht. Ich blende weg. So. Das ist die nächste Chance. Ich bin total krass. Wir stehen auch noch 2 gegen 2. Wir sind an den Gegner vorbei gerannt. Oh, nice. Der andere bestimmt short. Ich seh nix. Oh, ich bin stolz drauf. Pfff. Ah. Alter, Leute. Das ist einer an euch im Jungle rein. Jungle? Sagst du? Ja, von Connector im Jungle rein. Oh mein Gott. Wie? Willst du wieder einer? Da wär du tauschen, oder? Das kann nicht sein, Alter. Ich halt... Connector, Connector, Connector. Wer hat... Okay. Der Typ, der Typ packt. Der hat sich grad weggetreten und mir nen Header gegeben. Ah, fuck. Zwei, 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 zwei. Zwei, 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 zwei. Uuuuh. Neunzig, neige Jungs. Zwei, 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 drei, zwei. Die Flotte. Sie sind aus. Da sind alle. Die Flotte. Doe, drei, zwei, drei, zwei, drei. sehr schön unser boy ist auch wieder zurück wie sie wird alter david du biest hat die bombe gleich im sprung alter kannst du mal aufhören oh mein gott bei 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 einer ecke hängen lächerlich schick Einer hast du dir verdient, komm! Einer hast du dir verdient! Bleib stehen! Nein! Nein! Stopp! Nein! Stopp! Das ist die Bombe in Mitte! So, einer hast du dir verdient! Ah, ja! Bisschen lower! Puh, und so! Ahhhh! Sagt doch was, der Champsons! Noob! Er leckt mich am Arsch damit, jetzt bin ich aber nix getroffen, ne? Absolut, absolut nicht! Weißt du was? Das war der ÖTB! Ach, das ist ne SSG! Pumpe ich! Pumpe ich! Komm durch Apps! Ach so, ich flasche! Oh nein, ihr flascht! Oh mein Gott, wenn der Scheiß nicht funktioniert hätte! Genau so, Jungs! 41, 41! Puh! Puh! Alter, ja schon! Bombe ist auf B, würd ich mal sagen! Ja, ist hier auch! Dann call's doch mal! Ach, ach! Wir sind schon zwei gestorben! Ja, call's doch rein! Ja, call's doch rein! Ja, call's doch rein! Ja, call's doch rein! Call! Call! Das tötet Menschen! Oh Gott! Goll! Die Orb sieht echt geil aus! Ja, das... Wird wahrscheinlich kitschen! Fuck this shit, I love! Uh! Also nisch, gescheit! Nein! Den Porn hat ne Beretta! Drei! Ach! Drei und achtzig und zwei! Gute Nacht! Töne Nacht! Hehehe! 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 Ey, das war ein Tinker! Hehehe! Dammit! Rampeur! 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 Ja, werd' ich jetzt ihren Arsch, Rampeur unieren! Ah, ha! You what, man? Ah, war's schmett! It's okay, war's schmett! Zwei auf Ramp, aber eine kommt hochgepulscht, und ich bin runtergepulscht, ah fuck, okay, ich bin tot. Oh my god, if Doctor Strange saw 30 million futures, he probably saw Ant-Man go up Thanos' ass in one of them. Ja genau!